Tino wollte halt noch rechtzeitig seine ganzen Rape-Porns runterladen. Ja, leider. Das ist ätzend. Manga-Magazin. Boah, da krieg ich richtig nostalgische Gefühle damals, als wir noch im Radio liefen. Aber jetzt haben wir ja keine Lust mehr darauf. Wann war denn das? Radio? Keine Ahnung, was du meinst. Ich auch nicht. Komplett vergessen. Was ich nicht vergessen habe, ist, was die letzte Woche passiert ist. Und dafür sind wir hier. Wir fassen das für euch zusammen. Wir ordnen es für euch ein. Wir machen wirklich geschmacklose Witze darüber. Und vor allem machen wir ganz viel Spaß und wohlige Gedanken so kurz vor Weihnachten. Och, ist das toll. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Motherfucking-Datenautobahn. Und liebe Leute, hier sind Robin Ostraf und... Bob Tino, Rannacher. Jetzt habe ich mich selber genannt. Ja, das ist doof. Jetzt habe ich mich erst selbst genannt und dann auch noch dir reingesprochen, Tino. Das macht nur Esel. Tino. Ja, the stage is yours. Was geht denn bei dir so? Bei mir ja voll Advent und Weihnachten und so. Also Familien mal besuchen und so. Und ist schon interessant gerade. Und man kriegt Plätzchen, man bäckt eigene Plätzchen und isst sehr viel. Ich freue mich auf die Weihnachtszeit. Also auf die richtige Weihnachtszeit. Also ich mache exakt nichts davon. Also Plätzchen backen, Plätzchen essen. Alles nicht so mein Fall. Aber ich gönne dir das natürlich. Dankeschön. Sehr schön, ne? Ich kann dir gerne mal Plätzchen vorbeibringen. Die sind sehr lecker, die wir hier machen. Vegane Plätzchen. Ja, aber die müssen dann in Plastik eingeschweißt sein und drei Tage dahin siechen, damit die Bakterien dann die Viren da absterben können. Und Bakterien natürlich auch. Also ist ja klar. Ja. Die Hepatitis-Bakterien. Schön. Ich muss auch sagen, habe ich die letzten Tage festgestellt durch ein Video von MCM. All I Want For Christmas Is You ist tatsächlich unironisch der beste Weihnachtssong, den es gibt. Würde ich nicht sagen. Welchen schickst du denn ins Rennen? Ich habe als Kind von, wie heißt denn der? Nicht Harald Prink. Wie heißt denn der? Harald Klöckler. Ne, ne, ich muss mal ganz kurz suchen, wie der heißt. Ach Gott, ich komme gerade nicht drauf. Hey, du Weihnachtsmann. Frank Schöbel. Frank Schöbel. Der hat ein Weihnachtsalbum gemacht vor, in den 80er, 70er Jahren oder sowas, Weihnachten. Ich google mal ganz kurz. Das ist für mich. In deiner Kindheit. In meiner Kindheit quasi. Das war 1984 sehe ich gerade oder sowas in der Art. Und da ist ein richtiger Banger drauf. Hm. Aber gehen die auch so ab? Ich mag ja eigentlich bei Weihnachtsliedern nicht, dass die so vor sich hin dudeln. Und All I Want For Christmas, das ist halt, der peppt ein bisschen, weißt du? Das rockt auch von Frank Schöbel. Da sind auch Songs drauf, die sehr frech sind. Hey, du Weihnachtsmann. Oder alle Jahre wieder und so. Das sind schon tolle Songs drauf. Okay, ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich glaube das jetzt mal. Du bist halt voll amikanisiert, ja. Du bist schon voll westlich geprägt und imperialistisch. Ja. Nee, es kam vier... Wer auch westlich geprägt ist. Ist Tom Cruise. Ich denke, Tom Cruise ist ein perfekter Einstieg in die heutige Folge. Denn er läutet einfach das Thema Corona ein, was irgendwie hier eh in jedem Podcast erwähnt wird. Aber wir kommen ja nicht drum rum. Hast du das mitbekommen? Ja. Tom Cruise, was der wieder gerissen hat. Ja, auf die Frage, wie hätte Klaus Kinski reagiert, hat uns das Tom Cruise gezeigt diese Woche. Und hatte einen riesigen Ausraster am Filmset, als wohl Crew-Kollegen die Abstandsregeln nicht eingehalten haben. Und hat sie zusammengeschissen und meinte, du dumme Sau, wegen dir kann ich Weihnachten nicht feiern. Und viele werden auf der Straße landen, wegen Arschlöchern wie euch, wir keine Entschuldigung hören. Genau, tatsächlich ging es ihm gar nicht so sehr um sich selbst. Sondern er hat gesagt, dass diese Industrie gerade so ein bisschen in den letzten Atemzügen liegt. Weil die so krass unter Corona leidet. Und das ist ein Privileg, dass sie das gerade machen können, hier diesen Dreh. Und dass er das nicht einsieht, dass da ein, so zwei ignorante Leute das sabotieren. Also es ging da ihm schon um irgendwie die ganze Industrie als Ganzes. Deswegen, man kann da sagen, was man will. Man hört übrigens auch, also es ist eine geleakte Audiodatei. Man hört auch, wie er durch eine Maske die ganze Zeit am Schreien ist. Da kann man sagen, was man will. Aber das ist schon eigentlich ein ganz solider Move. Man hätte es vielleicht auch anders rüberbringen können, als so einen richtig harten Klaus Kinski. Aber an sich nicht die schlechteste Intention. Es verleiht dem Ganzen ja schon einen gewissen Nachdruck. Und ich war ja jetzt auch letztens an einem Filmset. Und wir wollten alle Corona getestet. So ein Schnelltest. Und alle waren negativ. Aber es gab so einen Assistenten von der Produktion, der hat die Maske manchmal so ein bisschen runterhängen lassen. Wo ich auch dachte, hm, schwierig. Klar, wir sind alle getestet worden. Die Crew, also Filmteam und Schauspieler und so. Das ist die Baggy dieses 21. Jahrhunderts, Tino. Nee, Baggies waren cool. Baggies waren cool eine kurze Zeit lang. Aber das nicht. Na gut. Und es war tatsächlich ein Matthias Schweighöfer-Film. Aber der war gar nicht da. Ich habe gehofft, es war ein Matthias Schweighöfer, dem die Maske runtergerutscht ist. Nee, nee, nee. Also der war nicht vor Ort leider. Aber es war ein Matthias Schweighöfer-Film. Aber ich habe ihn nicht kennenlernen dürfen. Ich hatte auch nur eine ganz kleine Rolle. Aber es war spannend, mal wieder an ein Filmset zu kommen. Und war das sehr anstrengend mit den ganzen Einschränkungen? Auch irgendwie, während ihr gedreht habt, musstet ihr dann auch Abstand halten? Irgendwie ganz künstlich oder sowas? Eben, gar nicht. Also ich war ja an verschiedenen Filmsets Ende dieses Jahres. Und bei so Serienproduktionen, da war das sehr hart. Mit Abstand halten und mit Masken tragen während der Proben. Aber hier war es echt nur mit Corona-Schnelltest und am Set dann auch beim Proben Maske tragen. Aber sobald es heißt, Kamera-Action los, dann Maske abnehmen. Und wir durften uns auch die Hände schütteln während des Drehs. Aber das ist auch irgendwie dann ein bisschen sinnlos, oder? Na, ich denke, dass es an einem Schnelltest liegt. Dass wenn das negativ ist, dann... Ja, aber dann bräuchte man ja gar keine Hygienemaßnahmen. Wenn du eh sagst, okay, wir sind alle negativ getestet, dann hier we go. Aber so ein Schnelltest ist aber offensichtlich auch teuer. Ja, dann ist er wieder sinnlos. Es ist halt Feuer, deswegen machen die nicht so viele. Bei Extreme Talk war das ja bei euch kein Schnelltest. Das wäre ja ein normaler Test. Wie genau sieht denn der Schnelltest aus? Nein, wir durften auch suchen Rachen oder Nase. Und dann machen die einen Abstrich. Und dann kommt so ein Tester drauf. Und dann ist das halt nach 10 Minuten ausgewertet. Also die Maßnahme da, die ist im Endeffekt das gleiche. Ja. Der Tathergang. Dir wird da so ein Kolben in die Nase geschoben oder in den Hals. Aber nicht beides. Für euch war es ja beides. Oder bei meinem letzten Corona-Test auch. Aber jetzt dieser Schnelltest war nur Rachen oder Nase. Okay. Na gut. Dann drücken wir mal den Daumen, dass da alles super vonstatten gegangen ist. So wie beim Set von Tom Cruise. Wem ich auch die Daumen drücke. Ich habe eine sehr spannende Überschrift gelesen mit einer lustigen Wendung. Und zwar, seit Monaten tritt aus der Raumstation ISS Luft aus. Die Sauerstoffreserven werden immer knapper. Bisher hat nichts geholfen. Nicht mal ein Teebeutel. Das stand so da. Und was hat dieser Teebeutel jetzt? Also da muss ich meine mangelnde Weltraumexpertise kurz mal aus dem Fenster halten. Was zur Hölle hat denn ein Teebeutel damit zu tun? Das ist doch keine Raketenwissenschaft, Robin. Also ganz einfach. Wenn Luft tritt aus einem Raum, dann kann man den oft mal mit Teebeuteln zumachen. Keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich fand nur die Überschrift sehr lustig. Ein Teebeutel ist quasi luftdicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gesehen gerade eben noch und dachte, das ist witzig. Das schreibst du dir auf. Aber was da jetzt passiert ist, keine Ahnung. Ich google jetzt einfach mal Teebeutel luftdicht. Ja. Oder Teebeutel Raumstation. Das müsste ja ausreichen. Na jetzt, jetzt, nee. Jetzt kommst du vom Hundertsten ins Tausende. Wie bewahrt ihr Teebeutel auf? Okay, Mist. Raumstation. Das war doch eine Ente, der du da auferlegen bist, Mann. Also Weltall, Leck an Raumstation ISS, Haushaltsware, Merkur. Gott, Alter. Astronauten deckten Leck an Raumstation ISS mit einem Teebeutel auf. Drei sind zurück auf der Erde. Drei Teebeutel? Also verhindert man das? Wie drei Teebeutel oder drei Menschen? Wahrscheinlich drei Teebeutel, ja. Ach so. Boah, das ist jetzt aber viel Text. Das sagte ich mir eben auch. Dafür sind wir hier nicht da im Brennpunkt. Nee, ich wollte ja auch mehr lesen im Lockdown. Aber sie decken das ja auf. Also scheinbar stopfen sie nicht irgendwie, sondern lassen einen Teebeutel fliegen und der fliegt dann halt irgendwie in die Richtung, wo irgendwie Luft, keine Ahnung. Die müssen sich entscheiden. Wollen sie Tee trinken oder Sauerstoff atmen? Schwere Entscheidung. Man kann nur eines. Also Briten würden auf jeden Fall den Tee trinken. Ja, ich auch. Nee, ich finde Tee echt nicht geil. Nee, ich habe auch neulich festgestellt, ich trinke gar keinen Zimmertemperaturtrink mehr. Ich habe mir das so angewöhnt, einfach nur kaltes Trinken aus dem Kühlschrank zu trinken. Ich finde das richtig ekelhaft, irgendwie so lauwarmen Orangensaft zu trinken. Wah. Das geht gar nicht. Und erst recht kein heißes. Nee, der Saft ist ja auch Quatsch. Das trinkt man ja auch nicht warm. Aber sowas wie Tee oder so ein Kinderpunsch. Nicht mal warm, so Zimmertemperatur meine ich, ne? Naja, also Wasser. Ich kann nicht mit Zimmertemperatur. Wir hatten am Set eine, die hat nicht gerafft, dass es auch Teebeutel gibt, zurück zum Thema. Und die hat sich die ganze Zeit so heißes Wasser eingeschenkt in ihren Becher. Und ich dachte, hey, das trinkst du? Und die meinte, ja, hier ist ja kein Tee. Und da habe ich gesagt, ja doch, hier daneben steht es doch. Da hat die ganzen Tage irgendwie heißes Wasser getrunken. Ja gut, muss ich aber auch dazu sagen, meine taiwanische Bekanntschaft hat auch immer nur heißes Wasser getrunken. Und das fand ich tatsächlich immer noch angenehmer als lauwarmes oder Zimmertemperaturwasser. Aber weißt du warum? Ich kenne auch jemanden, der hat eine chinesische Freundin. Und die hat mir erzählt, dass in China das Wasser ja nicht so geil ist. Deswegen müssten die es auf Kochen vorm Trinken. Die kennen das gar nicht anders. Diese dritte Weltländer, ey, schlimm mit denen. Gib dich ja nicht mit denen ab. Nee, nie wieder. Womit sich Pornhub nicht mehr abgibt, sind User-Uploads, die von privaten Menschen kommen. Also nicht verifizierten Leuten quasi. Hast du das mitbekommen? Ja, und ich kenne Menschen, die betroffen sind. Und die wurden nicht mal vorgewarnt. Und es wurde einfach gelöscht, das Video oder die Videos. Ich habe ja Pornhub genutzt als quasi Oase für Copyright-Verletzungen. Ich habe ja ein Video dieses Jahr hochgeladen auf YouTube und musste das covern, quasi den Song, den ich verwendet habe, covern. Er wurde übrigens trotzdem erkannt vom System als ein Cover. Wow. Und sage in den Lyrics dieses schlechten Covers, ja, ich lade das Original-Video jetzt auf Pornhub hoch. Und jetzt kann ich das nicht mehr, außer ich lasse mich da verifizieren, wo ich keinen Bock drauf habe wegen einem so einem Ding. Und über Nacht wurden von irgendwie 13 Millionen Uploads 11 Millionen gelöscht zu 2 Millionen. Das ist echt krass. Das ist doch Kacke für Singles im Lockdown. Wir haben jetzt viel weniger Auswahl. Und für uns Pornoproduzenten, ja, wir haben auch jetzt den Zapfel. Das ist richtig. Ich habe hier so viel noch auf Halde, was ich hochladen wollte. Meine ganzen geilen Home-Videos. Jetzt kann ich das nicht mehr, außer ich verifiziere mich. Aber ich will nicht, dass die meine Daten haben. Der Hintergrund war ja, dass irgendwie Visa und Mastercard irgendwie da Probleme gemacht haben und Sponsoren. Nee, 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 gar nicht. Gar nicht so sehr. Nee, nee. Also da gab es wohl auch ein Problem. Aber der Ursprung ist, und deswegen hat Kanada auch Druck gemacht, weil der Sitz von Pornhub ist in Montreal, glaube ich. Da wurden tatsächlich sehr, sehr viele Vergewaltigungs- und Minderjährigen-Videos hochgeladen. Ach so, ja. Ja, und das ist wohl bei vielen Pornoseiten so, weil du kannst es halt bei dem Schwall irgendwie nicht überprüfen und Upload-Filter, ne, ist ja auch so ein schwieriges Thema. Kommen wir auch später nochmal dazu. Ich habe die ein oder andere Vermutung da, auch wenn es nicht das aktuellste Thema ist. Ja, also tatsächlich haben wohl viele irgendwie Videos hochgeladen von Leuten, die irgendwie schlafen und dann so den Augapfel angefasst, um zu zeigen, dass die halt wirklich nicht reagieren. Und ja, das sind dann halt Vergewaltigungs-Videos, wo man nicht ganz herstellen kann. Also es ist natürlich super krass, Grauzone, ob man jetzt freiwillig sich betäuben lässt und dann mit sich rumspielen lässt, ja. Ob man da konsenten kann, das ist sehr schwierig. Aber dann gab es wohl auch nachweislich sehr viele Fälle von 13-, 14-, 15-Jährigen. Und dann gingen diese Videos, es gibt einen ganz langen New York Times-Artikel, der ist hinter einer Paywall, also guckt irgendwie, ist egal. Da gab es so ganz viele Fälle, wo dann die Jugendlichen da in der Schule die Videos rumgeschickt haben, weil die auf Pornhub waren. Und wenn die gelöscht wurden, die sind halt längst schon gerippt. Also die hatte dann quasi jeder eh schon auf dem Handy. Wo ich für mich wieder so denke, okay, aber das sind halt ausführliche Geschichten über Leute, die dann sich versucht haben, das Leben zu nehmen und so, weil die einfach damit nicht mehr klargekommen sind, dass irgendjemand Sex-Videos gegen ihren Willen veröffentlicht hat, halt Minderjährige, bla, nicht nur auf Pornhub, aber ist egal. Die sind halt jetzt quasi die Ersten gewesen, die da was gemacht haben. Und da denke ich mir halt, wenn man das einfach ein Stück weit owned, wenn man sagt, ja, ist halt so, Alter, ich kann A, nichts dafür, dass ich hier veröffentlicht wurde, B, Sex haben nichts Schlimmes, ja, so, also, wenn man das irgendwie so ein bisschen, aber wenn man natürlich macht, oh, fuck, Alter, oh, das tut mir so weh, wenn ihr mich jetzt irgendwie beleidigt, als die eine, die Sex hatte. Natürlich kann man von einem 14-jährigen Kind nicht erwarten, dass man da irgendwie so, ich sag jetzt mal, rational handelt. Aber einfach wieder hier dieses, dieses Schamgefühl, wie das Leute in den Suizid treibt, Alter, das, das stimmt, das ist ja so mein, mein Leidensthema quasi. Und es gibt ja auch Menschen, die dann nach solchen Leaks dann gesagt haben, scheiß drauf, jetzt mach ich einfach öfter solche Bilder, aber freiwillig, und komm diesen Erpressern zuvor zum Beispiel. Ja. Ey, aber das kann halt nicht jeder. Also ich kann auch das nachvollziehen. Also ich würde jetzt auch nicht auf Pornostar umschulen, wenn von mir irgendwelche Leaks gemacht worden wären. Aber ich würde auch nicht zerbrechen dran. Aber du würdest trotzdem offen damit umgehen wahrscheinlich. Ja, ich würde wahrscheinlich, ich hab mir jetzt auch schon mal überlegt, wenn das mal passieren sollte, würde ich wahrscheinlich ein lustiges Statement machen, so auf Facebook, Instagram und so und Twitter, und das einfach so stehen lassen, ja, guckt es euch an, wenn es euch gefällt, ja, machen wir alle mal so Bilder oder Videos, keine Ahnung. Aber das hat ja nicht jeder so. Es gibt ja schon Menschen, die wollen das nicht, und deswegen kann man fast schon sagen, okay, es kommt ja auch den Opfern zugute, wenn Pornhub solche krassen Sachen einführt und Verifikationen oder Verifizierungen einführt. Es ist nur schade, dass es halt mal nicht gewarnt wird. Es verlagert sich halt nur, ne? Ja, das sowieso. Aber trotzdem ist es auch mal eine Schranke mehr. Und ich finde es nur schade, dass man halt nicht gewarnt wird vorher, dass sie irgendwie sagen, hier verifizieren sie sich mal irgendwie in den nächsten fünf Tagen, aber einfach so ist Content gelöscht worden. Das finde ich halt sehr, sehr schade. Tino wollte halt noch rechtzeitig seine ganzen Rape-Porns runterladen. Ja, leider. Das ist ätzend. Nee, eben als, ich habe ja mal etwas produziert, so etwas in der Richtung, und es ist einfach jetzt verschwunden. Es ist halt schade. Hm. Grob umrissen. Ja, äh, wird das nochmal woanders hochgeladen? Keine Ahnung. Schwierig. Aber es betrifft ja nicht nur Pornhub. Es gab ja auch nochmal so ein Skandal um X-Hamster. Da habe ich eine Doku gesehen von STRG-F oder so. Da gibt es wohl auch massenweise Videos, in denen Frauen heimlich gefilmt worden sind auf der Toilette und auf Festivalduschen und so weiter. Und dass die ja auch dagegen vorgehen wollen, aber auch nicht richtig wissen, wie. Und es kann sein, dass das jetzt auch ein Schritt ist, den X-Hamster gehen wird, dass sie sagen, ab sofort nur noch verifiziert, dass wenn jemand angezeigt wird, dann wisst du mal wenigstens, wer es war. Hm. Hat schon seine Vorteile. Ja. Also ich muss sagen, dieses versteckte in der Dusche-Ding, das und sowas, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist so asexuell für mich, aber keine Ahnung. Jedem, jedem sein Würstchen, denke ich mir. Kann halt sein, dass man das geil findet, wenn, äh, weiß ich nicht, es ist halt nicht sexuell, es ist eigentlich nur eine nackte Person, die sich irgendwie duscht. Und es gibt ja diesen Voyeurismus, ja, Menschen, die das geil finden, andere zu beobachten, die nichts davon wissen, ähm, ja, gibt offenbar auch einen Kick, keine Ahnung. Ist halt scheiße, wenn die Person das nicht weiß. Ja. Ich habe auch im Zuge dessen noch von einer anderen Sache erfahren, weil wir in der Oase ausführlich darüber gesprochen haben, was ich auch überhaupt noch nicht mitbekommen habe, dass es irgendwie, oh, jetzt komme ich nicht mehr drauf, irgend so ein, auch so eine Produktionsfirma, die halt super shady, ich glaube, darum ging es nämlich auch in dieser ganzen Pornhub-Sache, ähm, die, die super shady, Verträge gemacht haben, beziehungsweise den Leuten gesagt haben, das und das steht in den Verträgen, dann dabei steht das gar nicht drin, dann hieß es irgendwie von wegen, das wird nicht veröffentlicht, das wird nur auf DVDs verkauft, aber nicht im Internet landen, damit deine Familie das nicht sieht und so, dann haben sie die irgendwie ausgeflogen in, in, in einen anderen Bundesstaat, so, dass quasi so ein gewisser Druck da ist, so ausgeliefert, und wenn du jetzt hier nicht machst, dann XY, und dann, wir zahlen dir weniger, weil du hast jetzt hier einen Schönheitsmangel und so, also super, super shady, und wenn das bei der einen Produktionsfirma ist, dann wird das wahrscheinlich bei vielen so sein. Das gibt es öfter, habe ich auch schon in so Dokus gesehen, dass dann Frauen erpresst worden sind mit dem Material, was sie gedreht haben, wo es auch Versprechen gab, von wegen, das wird nur dort landen, aber das kannst du halt nicht kontrollieren, selbst auf DVD, wenn das irgendein Mensch kauft und es geil findet, dann wird das irgendwo hochladen, da kannst du auch nichts machen als Produktionsfirma oder als Darstellerin. Ist halt schwierig, wenn du, wenn du halt schon Pornos drehst, dann sollst du dir auch sicher sein, dass du das auch noch in, in 20 Jahren geil findest, weil das verschwindet halt nicht einfach so. Ähm, kommen wir von, äh, gefickten Pornodarstellern zu ApoRed, der gefickt wurde. Aha. Zweimal diese Woche. Gab's wieder irgendwelche Strikes? Ich weiß, man kriegt von, nee, gar nicht, man kriegt von dem gar nicht mehr so viel mit, ich weiß gar nicht, ob der aktiv noch Videos macht, aber Mimi kam mal wieder aus der Versenkung mit zwei Videos, beide wirklich ausführlich um die eine Stunde rum und auch da ging es um ApoRed, wie auch schon in der Vergangenheit mal, Entschuldigung an ApoRed 2 und Entschuldigung an ApoRed 3. Es ist natürlich keine Entschuldigung, sondern eine Zerstörung der Lügen und des Contents des ApoRed, eigentlich eine Story, die mittlerweile irgendwie vier, fünf Jahre zurückliegt und das ist auch für mich ein kleiner Kritikpunkt. Also da sind halt so viele valide Punkte, die angesprochen werden, aber in einer solchen Fülle, dass man gar nicht auf alles irgendwie eingehen kann und dass quasi jeder einzelne Punkt in der Masse dessen untergeht. So, also lieber hätte ich es gesehen, eine krasse Sache rausstellen, die offensichtlich Bullshit ist, die ApoRed gemacht hat und das dann wirken lassen, aber durch diesen krassen Output an vielen Sachen geht das einfach ein bisschen unter. Also du meinst eher so immer mehr Argumente nachschießen, als irgendwie alles in einem zu verpacken? Wahrscheinlich, ja. Es ist so, es ist natürlich geil irgendwie, aber es ist einfach die Masse, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die Woche endlich mal wieder richtig dummer, kleiner YouTube-Beef. Das hat mich gefreut. Das gab es jetzt nämlich eine Weile nicht. Wir haben die die ganze Zeit, oh ja, der ist an Corona gestorben und hier ist traurig und der Nekrolog, der fühlt sich jeden Tag. Aber jetzt endlich mal wieder Larifari-Pisse-Party. Richtig geil. Und ApoRed ist mir jetzt auch so einer, der genau wie Leon Machère, die passen gut zusammen. Die sind halt beide einfach, naja, nicht so geil. Die verdienen beide Tomaten ins Gesicht. Sag's doch. Nur übertragen, nicht tatsächlich, ja. Nur metaphorische Tomaten. Aber ich war gerade auf YouTubes unterwegs, hab mal in die Trends geschaut und es gibt jetzt diesen James Charles, den gibt's ja bestimmt schon länger, den kenn ich aber gar nicht wirklich. Den gibt's schon länger, ja. Und der hat dich kopiert. Er hat jetzt auch ein Among Us in Real Life produziert. Oh nein. Oh, war ja. Ah, okay, ich seh's ja auch gerade, aber es ist halt nicht in der Öffentlichkeit. Nee, das ist das nicht. Peinlich. Das ist in, in, in deren Mega-Villa. Ja, James Charles, ich glaube, wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch liege, ich guck lieber mal nach, James Charles ist einer der wenigen, der einen riesen, riesen Shitstorm hatte und quasi hin und her accused wurde von irgendwie seiner besten Freundin schrägstrich Mutterfigur und das ist einer der wenigen, der es geschafft hat, diesen Shitstorm komplett umzudrehen. Aber auch berechtigt? Ja, No More Lies, genau durch No More Lies, was jetzt 54 Millionen Aufrufe hatte. Das war das Video, was, glaube ich, diesen ganzen Shitstorm komplett wieder auf den Kopf gestellt hat. Das habe ich bis dahin noch nie erlebt. Aber auch mit Recht? Also konnte er das mit Recht abwenden oder konnte er irgendwie... Scheinbar schon. Aha. Na, ich kenne ihn halt nicht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber ich gönne ihm diesen Sieg. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Auf jeden Fall war da halt eine, die hat erzählt, hat dann gesagt, der lügt und dann hat er gesagt, nee, die lügt und dann sie wieder und dann aber er wieder und dann hat es das umgedreht. Irgendwie so. Egal. Kleiner Ausflug in diese Vergangenheit. Schön. Gut. Toller YouTube-Trend, den du da rausgesucht hast, Tino. Kommt aber auch ein bisschen spät, muss ich sagen. Ich bin ja sonst immer spät mit meinen Trends. Aber jetzt Among Us in Real Life zu machen? Nee. Tja, ist aber auch Teil 2 von James Charles. Es scheint schon einen Teil 1 gegeben zu haben. Aber ich weiß nicht wann. Das Beste, was es geben kann, ist ein Teil 3, nämlich von Metal Gear Solid. Ich möchte es hier an dieser Stelle nur nochmal erwähnen, liebe Leute. Ich spiele gerade Metal Gear Solid 3. Da kommt auch ein Brennpunkt-Hörer-Wunsch, Tino. Ja, ja. Über dieses tolle Thema. Ich habe jetzt das Chatsplay begonnen. Es ist das beste Spiel aller Zeiten. Am Montag geht es in die nächste Runde. Ich habe richtig Bock. Und ich freue mich, wenn ihr auch einschaltet. Wir sehen uns dort. Ja, da kommt auch noch der Brennpunkt-Hörer-Wunsch. Das ist der einzige noch, der letzte Verbliebene. Ja, ich sage jetzt einfach mal ja. Aha. Weißt du mehr als ich? Wir müssen noch über Alkohol reden. Ach, stimmt. Ja. Ja. Kommt auch noch. Ja, turbulente Woche. Turbulente Woche. Tino, der hier mit Helge Schneider. Wie heißt der? Schweiger. Matthias Schweig. Schweig. Schweigstrahler. Matthias Harald Schweig. Schneidhöfer. Er war ja nicht mal da. Voll lame. Sehr schade, ja. War es auch voll lame? Ist das einer, den du gut findest? So ein deutsche Medienlandschaft-Film? Ich finde ihn sympathisch und auch gut aussehend und er spielt auch ganz gut. Also ich finde ihn jetzt nicht überragend und ich finde auch die Filme jetzt nicht übelst geil, aber es gibt Schlimmere als ihn. Also er ist schon cool. Ich finde so von den Deutschen, wenn man jetzt mal Christoph Walz auch ausklammert, wie heißt denn der eine Dunkelhaarige, der so ein düsterer Typ ist. Ja, wir haben doch hier so drei Bekannte. Drei große Bekannte. Natil Schweiger, Matthias Schweighöfer und Elias Embarek. Ja, okay, den habe ich vergessen. Dann haben wir halt vier. Der sieht auch nicht ganz so südländisch aus wie Embarek Elias. Wie heißt er denn? Wir haben da noch einen Mann. Uschi Klaas. Nein, ein Mann. Bekannter deutscher Schauspieler. Tino Radacher. Moritz Bleibtreu, Mann. Moritz Bleibtreu, der ist großartig, der ist super. Ja, den finde ich noch in der deutschen Riege mit am besten, muss ich sagen. Er hat auch schon Sachen gemacht, die ich nicht geil finde. Zum Beispiel seine Goebbels-Imitation, die war ziemlich übertrieben, overacted. Aber sonst finde ich ihn auch klasse. So Baden-Meinhof-Komplex kann ich sehr empfehlen, den Film. Da geht es um Linksterrorismus. 49 ist das. Der hat da auch noch, der hat noch vor sich. Ja. Der hat noch vor sich. Schön. Haben wir da auch mal drüber gesprochen. Du wolltest eine richtig geile Überleitung machen, die ich dir zerstört habe. Ja, was auch zerstört worden ist, ist das Rumgeböllere an Silvester. Ah, Mist. Ja. Ja, verdammt. Ja, müssen wir halt uns gegenseitig rumballern. Geil. Quer durch die Wohnung. Bist du denn jemand, der rumböllert an Silvester? Also tatsächlich habe ich das früher geliebt. Ich habe es so geliebt, Alter. Ich bin wirklich nach Silvester noch durch die Straßen, habe die ganzen Dinge aufgesammelt, ne. Wirklich jeden Einzelnen mitgenommen. Und dann bin ich volljährig geworden. Also wirklich, das ist jetzt nicht nur für einen billigen Gag, aha, ihr seid so infantil. Aber wirklich so mit ungefähr 18, 19, vielleicht 20 ist dann so komplett das Interesse an Böllern gesunken. Also vielleicht noch Raketen, weil Raketen sehen optisch wenigstens ganz cool aus und die schießen so rum. Da kann man ein bisschen Scheiße mitmachen. Ich habe ja noch dieses Things you should never do with rockets 2011 oder 12 gemacht. Da war ich ja dann 20 oder so. und ja, Böller, die knallen halt. Jo, geil. Da kann ich auch einen Luftballon zerstechen. Ja, meine Rede. Oder das Geld für tolles Essen ausgeben, zum Beispiel. Ja. Also ich gucke mir immer noch ganz gerne mal mit einem Dings an hier, ein Feuerwerk. Aber so an sich braucht es das nicht. Boah, ich bin Feuerwerk so scheiße. Das ist so langweilig. Ja, es ist halt schön bunt, aber es gibt ja auch jetzt mittlerweile eine futuristische geile Alternative, die eigentlich noch besser ist. Hast du schon mal so eine Drohnenshow gesehen? Ja, tatsächlich einmal. Das ist richtig geil. Und da geht ja quasi noch viel mehr. Da kannst du ja wirklich richtig Stop Motion und Filme oder weißt du, so kleine Sequenzen, Animationen da abspielen, mehr oder weniger, statt einfach nur eine Explosion, die halt sich kreisförmig ausbreitet. Also das, das muss die Zukunft sein. Und umweltfreundlicher wahrscheinlich. Eigentlich, so ein bisschen. Ja, die Drohnen sind wahrscheinlich auch nicht CO2-neutral in der Herstellung. Aber ich glaube, so ein Feuerwerk, das pustet ja schon unendlich viel Zeugs in die Gegend, in die Luft. Überleg dir einfach nur mal ein Mal chinesisch Neujahr. Was sieht da in den Himmel scheißen? Unfassbar. Ja, dieses Jahr zumindest nicht in Deutschland. Also in vielen großen Städten ist es ja verboten, auch in Weimar. Und schade, dass es dieses Jahr ist, weil ich habe mich immer nicht rausgetraut in die Stadt. Ich war ja immer im Theater zu Silvester oder irgendwie mit Freunden zu Hause. Und bin nicht vor die Tür, weil ich ja echt Schiss habe vor Böllern, wenn ich die irgendwie ins Gesicht bekomme oder so. Also es wird dieses Jahr zu Silvester definitiv nicht still sein. Nee. Da kann es dir sicher sein. Aber es kommt ja auch den Pflegekräften zugute, ja. Und den Krankenhauspersonalleuten, weil die müssen sich dann weniger um die kümmern, die sich die Hände weggesprengt haben, sondern vielmehr um die Corona-Intensivpatienten. Da muss man aber auch mal Prioritäten setzen. Also so eine Hand, weißt du, im Zweifel wächst die vielleicht nach oder so. Ja, bestimmt. Oder so eine Zunge. So eine Zunge, was machst du denn mit Böllern? Du sollst dir nicht den Böllern in den Mund stecken. Ich habe schon Sachen gesehen in meinem Praktikum in der Notaufnahme, da haben sich echt Menschen irgendwie Zungen und so weggeballert. Das ist echt eklig. Das klingt wie diese Videos, die Pornhub gelöscht hat. Diese ganz harten Fetisch-Dinger. Ist nicht mein Fetisch. Okay. Nicht ganz. Ich stecke mir einen Böller in den Mund. Gut, wo wir gerade bei grenzwertigen Sachen sind, Tino. Weißt du, was richtig grenzwertig jetzt auf Twitch ist? Wir hatten es ja letzte Woche schon, Terms of Service Twitch hat diese Woche selbst nochmal einen Livestream gemacht und quasi die neuen Terms of Service so ein bisschen auserklärt. Und zwei Begriffe, jetzt mal beispielhaft, die gehen ja gar nicht. Simp und Virgin. Du sollst jetzt Leute nicht mehr als Simp bezeichnen. Also das sind quasi die Leute, die so, man würde wahrscheinlich im Deutschen am ehesten Fotzenknecht oder so sagen. Ja, so vor allem Typen, die Frauen anhimmeln und sich einschleimen in der Hoffnung, dass sie sie abbekommen oder so. Ja, oder halt viel Geld spenden. Das ist nämlich der Knackpunkt dabei. Twitch will natürlich nicht, dass die Whales, also die, die besonders viel Geld spenden und Subs und so raushauen, wovon ja auch Twitch profitiert, diese Zielgruppe, die will ja nicht verprellt werden. Und deswegen ist jetzt jemanden als Simp bezeichnen verboten. Das wurde natürlich nicht offiziell so argumentiert. Das gleiche gilt auch für Virgin. Also man darf das Wort Virgin natürlich noch sagen, aber man soll nicht jemanden als Virgin bezeichnen, weil das beleidigend ist. Und das ist für mich so ein kleines bisschen schwierig, muss ich sagen. Weil an sich, in meiner Perspektive, ist Jungfrau keine Beleidigung. Stell dir mal vor, jemand will die Weihnachtsgeschichte auf Twitch erzählen. Dann sagt er, ja, Maria war eine, ja, eine Frau. Ja, die war anders als ein paar andere. Ja, ich verstehe, was du meinst. Kann ich nicht gutheißen. Ja, also das Ding ist, das verstärkt ja nur noch irgendwie die dummen Leute, die das halt als Beleidigung verwenden. Also du legitimierst das ja als Beleidigung in dem Sinn, weißt du. Und das finde ich echt ein bisschen kritisch. Dann lieber irgendwie dagegen vorgehen, dass das halt keine Beleidigung ist, keine Ahnung. Dann machst du halt Aufklärungsarbeit, machst einen Channel, tausend Fragen über Jungfrau sein oder was weiß ich, Mann. Aber kann es nicht auch sein, dass das Wort Simp auch von Leuten benutzt wird, die selber Sims sind? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also ganz, ganz viele sagen, ich simpe so hart für dich oder so. Ja, aber ich meine jetzt auch, dass die Menschen, die andere als Sims bezeichnen, neidisch sind, weil sie selber nicht so viel Geld haben, um die Aufmerksamkeit zu bekommen für ihre Angebetete zum Beispiel. Ja, also das kann durchaus sein, das ist ja immer so. Wenn Leute jemanden, also wenn irgendwer jemanden beleidigt, sinnlos, ja, dann hat der meistens mit sich selbst in irgendeiner Form ein Problem. Ja, stimmt. Meistens. So, egal. Aber, ja, ich hab's jetzt erwähnt, Leute. Ist okay, wenn ihr Virgin seid. Ich verwende das nicht als Beleidigung. Aber wenn man es als Beleidigung explizit, ja, explizit als Beleidigung verbietet, dann sagt man doch eigentlich im Grunde, Virgin sein ist schlecht. Guck mal, und das ist doch auch scheiße. Jetzt können die ganzen Menschen, die als Virgins bezeichnet werden, nicht mehr auf ihren Pornhub-Account verlinken und sagen, hier, ich bin keine Virgin mehr. Hier ist der Beweis, nein, auch gelöscht worden. Das ist doch alles ein Hin und Her. Dumm. Du kannst nichts mehr machen. Das stimmt. Ja, also ich hab echt ein bisschen, da ein bisschen Frust, das sag ich ganz ehrlich. Ich bin gleichzeitig froh, dass ich noch vergleichsweise früh, ich bin jetzt drei Jahre auf Twitch fast, dass ich da noch früh angefangen hab, weil da war das quasi noch alles möglich. Weißt du, auch so satirische Sachen sind dann jetzt auch problematisch, weil der Kontext egal ist. So wurde es ausformuliert bei diesem Livestream von Twitch selbst. Und es ist völlig egal, ob ich quasi eine Person zitiere, die sowas sagt, oder ob ich mich drüber lustig mache, dass Leute so reden oder ob ich es ernst meine. Und das finde ich hochgradig, hochgradig schrecklich. Da kann es doch schnell passieren, dass Twitch eine Konkurrenz bekommt, die das nicht ganz so ernst nimmt und dann die ganzen Leute dahin vielleicht drüber wanken, wackeln. Das ist durchaus möglich. Bei Twitch sehe ich es noch ein bisschen weniger wahrscheinlich. Ich bin jetzt einfach mal ein kleiner Verschwörungstheoretiker und sage, dass YouTube in Zukunft eventuell doch noch mal Konkurrenz bekommt. Twitch an sich, ich glaube, das ist einfach sehr etabliert. YouTube natürlich auch. Aber die Twitch-Alternativen, sowas wie YouNow und so, die haben halt einen schlechten Ruf für sowas, was du jetzt meinst, sodass da quasi sowas erlaubt ist, sage ich mal. Das ist halt dann so, ja, die haben dann so einen Ruf wie irgendwie 4chan, 8chan, sowas in die Richtung. Aber bei YouTube glaube ich, dass da eventuell zukünftig ein Schlupfloch im Gesetz gefunden werden könnte, um Artikel 13, jetzt 17 zu umgehen. Der tritt nämlich im Juni 2021 in Kraft. Das heißt, du kannst da keine Musik mehr verwenden, außer 20 Sekunden und so. Ansonsten wird das theoretisch, geblockt. So wie ich es verstanden habe, kannst du das dann nicht mehr hochladen. Du kannst es selber anzeigen, wenn das drin ist und du die Rechte, die Verwendungsrechte hast, dann kannst du das beim Upload angeben. Aber wenn nicht, dann wird es theoretisch von YouTube geblockt. Und wenn es irgendwie eine Webseite gibt, die es schafft, dieses ganze System irgendwie zu umgehen oder zu sagen, ey, ich bezahle jetzt den Rechteinhabern irgendwie eine Pauschale und dafür dürfen die Leute hier diese Songs verwenden oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass es dann da wirklich mal eine Alternative zu YouTube geben könnte. Es gibt ja auch Künstler oder vor allem Bands, die bekommen ja Copyright Strikes, wenn sie ja ihre eigenen Songs auf YouTube hochladen, weil das YouTube noch nicht ganz raff, dass es ja der Künstler ist und die GEMA oder Kontor, wie das heißt, das automatisch wegstriken. Und das ist auch ein Problem. Und es kann dann auch passieren im Juni, dass dann die Sachen einfach gelöscht werden, wenn es da nicht, weiß ich nicht, eine Lösung gibt dafür. Also es gab, es gab ein ausführliches Video über diese Upload-Filter. Das ist jetzt auch gar nicht diese Woche gekommen. Ich wollte es nur noch mal ansprechen, war ja auch gerade im Zuge von der Pornhub-Sache. Vielleicht ist es von meiner Seite auch ein bisschen Wunschdenken, aber ich glaube einfach, Alter, die fucking Gesellschaft, die funktioniert so nicht. Man muss irgendwie sich organisch weiterentwickeln können, indem man Zeug von anderen Leuten nimmt. Und also sowas wie Annoying Dancer, was ich ja ganz gerne gemacht habe, das geht dann halt einfach nicht mehr. Ich habe die Rechte nicht an diesen Pop-Songs, weißt du? Und jetzt kann ich mal meinen Lieblingsmusiker of all time, den du hier nur so mittel feierst, hervorheben, Falco. Mittel. Der hat nämlich in den 90er Jahren, 1990, einen Song rausgebracht, der hieß Data the Groove, wo er sang Cyberspace has got to be anarchy. Und er hat darüber gesungen, dass eine neue Welt entsteht im Internet und dass die halt rechtefrei bleiben sollte und dass das offener sein sollte. Das wird sich jetzt im Grab umdrehen. Jaja, der Falco wollte einfach nur gratis Kinderporn im Web sehen. Nein, glaube ich nicht. Der hatte doch so eine junge Freundin, dachte ich. Ja, öfter, aber das haben ja alle Stars. Haben doch diese ganzen männlichen Stars, Tom Cruise und so, haben doch alle so Frauen, die sind 80 Jahre jünger. Wer eine Frau hat, die 80 Jahre älter ist, ist Emmanuel Macron. Oh ja. Alter ey. Ich glaube, Jules, die macht sich jetzt einen Cocktail aus Spülwasser und kippt den auf Ex weg, Alter. Emmanuel Macron hat nämlich Corona. Ja. Wir haben es bestimmt alle mitbekommen. und seine Frau ist sehr alt, ich glaube 67, während er ja als World Leader relativ jung noch ist. Und wir drücken mal die Daumen, dass da alles glimpflich vonstatten geht. Aber für sie, ich hoffe, die sind gesocial distanced. Ja, nicht nur er. Wer war denn das? Es gab doch vor ein paar Wochen noch so einen Skandal von einem AfD-Politiker. Ich suche gerade mal seinen Namen, den habe ich mir aufgeschrieben. Thomas Seitz, der sitzt im Bundestag für die AfD und er ist ganz provokant mit einer ganz löchrigen Maske rumgelaufen im Bundestag. Boah, so ein Rebell, Alter, wow. Und es ist dann noch am Antworten von Claudia Roth, der Bundestagspräsidentin, dass eine richtige Maske sie aufsetzen soll und der ist nun an Corona erkrankt, tatsächlich. Der liegt mit Covid im Krankenhaus. Ironie. Ein Jammer. Mhm. Ein ganz großer Jammer. Ja, auch hier wünschen wir natürlich alles Gute. Ja, klar. Und eine schnelle Genesung und in Zukunft vielleicht eine bessere Maske. Und ich möchte erinnern an Bernd Höcke, der noch im Sommer gesagt hat, Corona ist vorbei und kommt nicht wieder. Der Höcke hat sich so ein bisschen vertagen, glaube ich. Der ist ja auch bekannt, der hat doch Doktor der Medizin, oder? Ist der das? Der Doktor auf allem, der Rassenkunde von allem. Ah, okay, das war's. Das hatte ich jetzt verwechselt. Ja, Emmanuel Macron auf jeden Fall, der war einen Tag vorher noch bei einer großen irgendwie Sitzung oder irgendwie sowas und hatte mit quasi der gesamten französischen Regierung zu tun. Wir gucken mal, ob da jetzt die nächsten Tage noch jemand sich als positiv meldet. Wer sich nicht mehr als positiv meldet in dieser Hinsicht, ist der Premierminister von S... 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 Wie heißt es im deutschen Alter? Eswatini. Eswatini. Gänste? Nee. Der ist tot. Der ist jetzt ein Funfact. Ja, wer ist das denn? Das ist ein Königreich, ja, Königreich Eswatini. Der Premierminister ist tot. Wo ist das? Ist das was Afrikanisches? Das ist ein etwas Afrikanisches, ja. Das ist jetzt der zweite World Leader, der gestorben ist. Burundi, was ja quasi ein Nachbarland ist, war ja der erste. Hat mir berichtet im Podcast. Genau. Und jetzt Swaziland. Ja, Rest in Peace, Digga. Ja. So, wir hoffen mal, dass sich Emmanuel Macron oder seine geliebte Frau da nicht einreihen. Wobei ich sagen muss, also das habe ich mir jetzt auch nochmal durchgelesen, ne, im Zuge dieser, dieser Meldung. Also der war ja irgendwie 15 und sie 38 oder 39, sie war seine Lehrerin und angeblich haben sie gewartet, bis er 18 war, sie dann irgendwie 41 oder so oder 42 und dann sind sie erst zusammengekommen. Erstens glaube ich das nicht, zweitens, Alter, wenn du da die, die, die Geschlechter umdrehst, ne, ja, also das wäre ein internationaler Shitstorm, Aber sowas gab es auch in Deutschland, so ein Fall von, ähm, einer Lehrerin und ihrem, ihrem Schüler und der war wohl auch erst 14 oder 15, als sie sich kennengelernt haben, hat eine Beziehung angefangen und sie kam irgendwie zweimal ins Gefängnis dafür und hat auf sie gewartet und sie danach geheiratet, als sie 18 war. Hm. Sehr romantisch. Ist es. Naja, man muss dazu sagen, die sind ja jetzt echt wirklich viele, viele Jahre glücklich verheiratet, also von mir aus, ne, die können ja machen, was sie wollen. Ich, ich sag nur, dass es da eine gewisse Doppelmoral besteht mit alten Frauen und jungen Männern. Ja. Im Gegenzug zu junge Frauen und alte Männer. Aber apropos, es gab auch in Frankreich jetzt eine Klage, ich hab's mir nicht aufgeschrieben, aber es gibt wohl in irgendeiner Stadt in Frankreich ähm, mehr Frauen in, in Vorstand, in Vorständen als Männer, da gab's jetzt eine Klage dagegen. Die müssen, die müssen jetzt Geld zahlen. Was will die Klage erreichen? Naja, weil, weniger Frauen oder was? Weil das Paritätsgesetz gebrochen worden ist, der Gleichberechtigung. Ähm, das ist wohl auch eine Klage, die von vor zwei Jahren noch irgendwie gültig ist und das Gesetz ist erst später eingetreten. Keine Ahnung, irgendwie ist das ganz kompliziert. Jedenfalls... Ja, aber du kannst doch nie 50-50 immer perfekt haben oder was? Naja, was, die Quote ist wohl relativ groß so und öffentliche Dienste müssen wohl das paritätisch besetzen, also Mann-Frau gleichgewichtigt und das haben sie wohl nicht geschafft, irgendwie im Jahr 2018, glaube ich, und deswegen ähm, müssen die jetzt eine Strafe zahlen. Lustigerweise ist es umgekehrt. Wer auch teuer bezahlen muss, sind scheinbar die Leute in Chemnitz. Das wurde mir jetzt erstmal nur von Herr Rodes zugetragen, muss ich sagen, bin ich nicht so im Thema drin, aber in Chemnitz sind scheinbar nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die Krematorien überlastet. Ist das richtig? Habe ich das richtig mitbekommen, Tino? Das weiß ich nicht. Ich bin jetzt eher selten in Krematorien unterwegs. Ich bin eher so der Leichenschau-Typ. Ich habe dazu nur gesagt, dass ich es gut finde, dass ja zum Glück da ein paar Leute sind, die nichts dagegen haben, wenn man dieses Krematorium-Ding so ein bisschen konzentriert macht. Oh, ganz gefährlich. Ja, gibt es ja viele in Chemnitz, die da nicht so ein Problem mit haben. Nee. Ich google jetzt einfach mal Chemnitz-Krematorium. Ja. Und dann werde ich diese News hier auf Mark und Bein untersuchen. Aber ich habe mal gehört, dass Menschen sowieso in Krematorien zum Teil auch in Gruppen verbrannt werden. Weißt du, ob das wahr ist? Dass Menschen quasi, wenn du die Asche deiner Oma in der Urne hast, kann es sein, dass du 50 Prozent hast von einem fremden Mann. Iiih. Habe ich mal gelesen oder gehört. Das mischt sich dann und dann beim Wiedergeborenwerden, da hast du dann irgendwie keine Ahnung, und dann kommst du dann so ganz eklig strickend aus der Vagina, weil du so Oma-Gene da mit dir drin hast. Ganz eklig. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, aber ich habe gerade Krematorium, Krematorium gegoogelt. Was ist denn hier nur los? Ein Krematorium im Krematorium. Aber hier finde ich da gerade nichts dafür. Eine Fake News. Überlastet. Da vertraut man einfach mal. Ja, Kühlhallen voll. Dresden weiß nicht mehr, wohin mit denen. Vor fünf Stunden. Ja, es gibt ja auch ständig neue Infektionen und neue Rekorde. 30.000 Leute und so und mehr. Es wird halt ein sehr harter Winter, glaube ich. Für viele. Dann seien zwei von vier Öfen kaputt gegangen. Es fehlt einfach der Platz. Es werden immer mehr Verstorbene gebracht. Der Fuhrpark soll aus den Garagen gefahren werden, damit dort Platz für Särge geschaffen wird. Wir sind maßlos überlastet. Ja, groß. Ganz groß. Da kann man jetzt ganz makabere Witze. Da kann man jetzt ganz makabere Witze machen darüber, aber mache ich nicht. Machen wir nicht. Haben wir noch nie gemacht, machen wir nicht. Never. Ich muss auch sagen, wie ist denn das mit diesem Flatten the Curve? Wir haben hier gerade irgendwie so ein Keep the Plateau Szenario. Also das ist ja hier irgendwie seit 1. 2. November ist hier mehr oder weniger gleichbleibend. Was ist denn das? Ja, offenbar reichen die Maßnahmen nicht und sogar Schweden fängt jetzt an ihre Maßnahmen irgendwie zu zu verschärfen. Das ist auch Restaurants kleiner, also es dürfen weniger Menschen in Restaurants und es gibt Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen und Bussen und so weiter und Schweden hatten ja auch ganz lange das durchgezogen, dass alles normal bleibt, aber auch die haben jetzt mit Schweden wollten die Durchseuchung und haben jetzt zugegeben, wir haben versagt. Richtig. Aber auch unser Lockdown hat wohl offensichtlich auch nicht so massig viel gebracht. Also keine Ahnung, ob das ohne Lockdown noch schlimmer gewesen wäre, aber irgendwie scheinen sich die Menschen entweder nicht dran zu halten an den Lockdown, an die Regelungen oder ich weiß es nicht. Schwierig. Wir hatten auch einen Tag 910 oder so Todesfälle, weil Herodes ja meinte, wir kommen auf die 1000. also ganz knapp vorbeigeschrammt. Und ich glaube 30.000 neue Infektionen waren es jetzt immer irgendwie die letzten Tage. Oh, ich wollte auch gerade sagen, hier, ich nehme das zurück mit dem Plateau, also die Infektionen sind halbwegs plateauhaft, aber die Sterberate, die geht ganz schön hoch. ja, das ist sehr, sehr traurig, dass die Sterblichkeit jetzt auch auf einmal wieder steigt. Ja. Deswegen, Leute, bleibt vernünftig, macht nicht so einen Quatsch, trefft euch nicht zuhauf, sondern bleibt vernünftig und trefft wenig Menschen. Ja. Soweit es geht. Omas retten. Ich brauche ja eh nichts, ich brauche nur Skateboard fahren, Alter, das Wetter ist gerade richtig geil, ich sag's wie es ist. Ich bin auch sehr überrascht derzeit. Wie schön es ist. Ja, es ist natürlich schlecht, weil die Erde, na gut, die Erde wird schon überleben, aber die Menschheit ist halt ein bisschen gefickt, denn so ein fucking warmer Winter, was ist denn hier los? Aber für mich als Skater individuell gesehen, also schon Premium. Ich dachte zwischendurch, schön im Dezember bei 10 Grad in der Sonne, geil. Ich dachte zwischendurch, dass deine Videos bei Instagram irgendwie alte Aufnahmen sind, aber das sind sie gar nicht, deine aktuellen Storys. Also ein altes war dabei, ein ganz altes, weil das irgendwie nicht mehr im Archiv war. Ich hab ja so Story Highlights, wo ich das einfügen wollte und da wollte ich das reinballern und hab gesehen, okay, das ist nicht mehr da, fick dich, lade ich neu hoch. Aber zum Thema sehr alt, hab ich noch eine brandheiße Meldung und zwar, der Jan Böhmermann hat einen neuen Skandal offensichtlich verursacht. Es gab doch Anfang des Jahres diesen Umweltsau-Song, ne, von diesem Kinderchor. und Jan hat gesagt, dass er jetzt das Jahr beenden möchte, wie es angefangen hat und hat diesen Kinderchor eingeladen und einen neuen Song geschrieben auf die gleiche Melodie und da singen sie halt drauf, meine Oma weiß, es gibt kein Corona und dass sie bald jetzt im Koma liegt und so und den Reichstag gestürmt hat. Jetzt wird wieder diskutiert über Altersdiskriminierung und so weiter, also wie Anfang des Jahres auch. Sind die dumm? Was hat denn das mit Altersdiskriminierung zu tun? Naja, weil meine Oma, die leugnet Corona und liegt im Koma und Ja, aber das kann ja jeder machen. Es muss ja, also in dem Fall ist es die Oma, aber das da, also gut, ich hab sie jetzt nicht gesehen, aber würde man sagen, meine Oma ist so senil, deswegen leugnet sie Corona oder sowas, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Das war noch eher der Fall bei diesem Umweltsau-Song, weil da ging es ja echt um die ältere Generation, die es nicht gebacken kriegt, umweltbewusst zu leben, aber hier kann es ja echt jeden treffen. Es gibt ja auch Menschen, die sind 14 oder 18, 20, die Corona leugnen. Ja, ich sehe hier gerade das Video, ich gucke da dann wahrscheinlich nach dem Brennpunkt mal rein, die Like-Dislike-Ratio, die ist fast 50-50, also da ist die Welt gespalten. Und Kommentare ausgeschalten. Ja, das finde ich aber schwach. Das ist wirklich ein Armundszeugnis. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann sich gerne diesen Song anhören. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Corona-Oma-Song oder sowas? Meine Oma 2.0. Okay, dann so. Also ist sehr witzig und ja, eine tolle Aktion. Ich bin ja eh so ein Böhmi-Fanboy. Ich nicht mehr so, aber ja. Ja, er ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht lupenrein. Er ist nicht lupenrein, das stimmt, aber er macht schon wichtige Sachen. Wer auch wichtige Sachen macht, ist Amerika. Ja, jetzt kommt der Amerika-Block. Ja, ja, der typische, der muss zum Ende halt einfach sein. Ich werde es auch kurz machen. es ist noch weiterhin nicht so viel passiert, aber ja. Ja, ja, schon, schon, aber so. Ich weiß nicht, worauf du jetzt speziell anspielst, aber kannst ja gleich sagen, wenn ich es nicht erwähne. Also Trump muss seine ganzen finanziellen Dokumente der einer, hier, wißt du schon, New York übergeben. Wie sagt man denn? Dem Gericht hat ein Richter entschieden. Diese Überschrift habe ich halt gefühlt auch schon 20 Mal gelesen, aber es war halt irgendwie diese Woche die größte News in ganz Politics auf Reddit. Also habe ich es mal mit reingenommen. Scheint demnach was Größeres wieder zu sein. Und was ich aber sehr witzig fand, ist, dass Mitch McConnell, der Senatsführer, der Republikaner, hat jetzt quasi akzeptiert, dass Biden gewonnen hat. Wow. Was jetzt auch irgendwie schon 50 Mal passiert ist, weil 1000 Mal neu ausgezählt wurde und immer wieder ist irgendwie der gleiche Säger gewesen. Komisch. Und der hat jetzt akzeptiert, dass das das Ergebnis ist und da haben jetzt ganz viele Q-Supporter gesagt, wir verlassen die Partei. Wir stehen nicht mehr hinter den Republikanern. Oh. Das heißt, diese Partei, die hat Fox News und Trump und die Partei an sich, die haben jetzt ihre Zuschauer und, ja, Zuschauer, ja doch, Zuschauer im Fall von Fox und ihre Angehörigen und ihre Volksschaft, die haben die so radikalisiert, ja, dass die jetzt nicht mehr zufrieden sind, wenn man sagt, das ist aber hier alles Verschwörung, die Wahl war ganz falsch. Das heißt, die zerreißen sich da gerade gegenseitig. Das finde ich witzig. Ja, das denkt man ja öfter, dass sich auch die AfD selbst zerlegt, aber das macht es halt nicht, wird immer größer. Und ich fürchte auch, dass das auch in den USA nicht anders sein wird. Wir schauen mal. Ich bin vorsichtig, positiv gestimmt und ich sage, wie es ist. Man sagt ja, 2020 ist ein Scheißjahr und so. Wenn 2021 mit der Georgia-Wahl anfängt und die Demokraten es noch schaffen, sie müssen halt beide, also es sind zwei Wahlen, wenn sie beide gewinnen sollten, dann kriegen sie den Senat und dann kann potenziell sehr viele neue Änderungen auch durchgedrückt werden. Ansonsten wird quasi nichts passieren die nächsten vier Jahre. Wenn das passiert, dann wird 2021 ein richtig gutes Jahr. Das sage ich jetzt hier. Aber es ist ja schon so, dass Biden schon sehr viele Minister und Ministerinnen an Land hat. So die erste Native American wurde ernannt und der erste offenschwule Verkehrsminister und so weiter. Also es geht schon ziemlich voran, sehr progressiv, was ich gut finde. Ja, ist richtig. Es ist nice to have, aber das ist halt so ein Optics-Ding, weißt du? So, ja, guckt mal, ich habe jetzt hier eine schwarze als Vize. Guckt mal, ich habe jetzt hier so ein, also es ist natürlich cool für die Leute, dass sie repräsentiert werden, aber das ist halt an sich nichts. Weißt du, wenn man jetzt sagen würde, ey, wir machen jetzt, dass ihr alle eine vernünftige, krankenversicherung habt und nicht irgendwie verhungern müsst, weil ihr euch kein Penicillin leisten können oder was auch immer, weißt du? Also das fände ich halt was Konkretes. Aber so ist es nur so ein, ja, wir reißen jetzt die Statuen ab von den Leuten von früher und so. Das ist natürlich alles nice to have, aber es ist wirklich nichts, was tatsächlich etwas den Leuten bringt, sage ich mal. Ja, es heißt noch wenig, aber ich glaube, langfristig ist es eine gute Signalwirkung, dass die Amis mal merken, dass alle Menschen, egal ob sie jetzt schwarz sind, ob sie homosexuell sind oder Native Americans, dass die genauso Politik machen können und das, und ich glaube auch, dass es schöner ist, einfach mal ein Parlament zu sehen, was bunt ist, als immer nur weiße alte Männer. Das hat halt eine langfristige Signalwirkung. Und ich glaube, weiße alte Männer ist nicht das Feindbild, was mir gefällt, aber ja, ich verstehe das und ich gehe da auch absolut mit. Mir auch nicht, aber es ist ja nun mal so, leider, guck doch mal in die ganzen Parlamente und in die ganzen Vorstände, allein in Deutschland, ja, habe ich schon öfter angesprochen, dass in den DAX-Unternehmen sitzen mehr Männer, mehr Menschen im Vorstand, die Thomas heißen, als es Frauen gibt. Das ist doch eine gewisse... Ja, das ist ja eine Sache, da haben wir schon viel drüber geredet, dass vielleicht auch prozentual, weibliche Menschen eventuell weniger Bock auf solche Positionen haben. Das sind alles Faktoren, die dann da vielleicht ein bisschen ausgeklammert werden. Und wir in unserem Deutschland, wir sind halt, von mir aus, Alter, da kann jeder, da kann jemand Bundeskanzler sein, der tausend Staatsangehörigkeiten hat und bunte Haut hat. Das ist mir scheißegal. Aber wenn, wenn wir halt hier überwiegend noch weiß sind, dann ist das ja gar nicht so abwegig, dass das auch in verschiedenen Chefetagen so aussieht. Man kann es ja fördern zum Beispiel. Man kann ja sagen, dass man dafür, weil auch wenn es weniger Frauen gibt, die diesen Job machen wollen, kann man ja sagen, wir fördern das ein bisschen, um auch Anreize zu schaffen. Weil es kann ja auch sein, dass sich deswegen so wenig Frauen da rumtümmeln, weil es eh davon ausgehen, keine Chance zu haben, gegen diese Männerdominierten Welten, die es da gibt. Ich hoffe, dass es nicht so ist und fördern sehr gern. Ich fände es nur einfach Quatsch, wenn man irgendwie 100 Leute einstellen muss und dann aber 50, 50 Frauen unbedingt einstellt, obwohl quasi die anderen eventuell eine bessere Qualifikation hätten. Ist kritisierbar. Aber ist egal. Ich muss halt eh niemanden einstellen, deswegen ist mir scheißegal. Von mir aus kann die ganze Regierung aus Frauen bestehen, ist mir scheißegal, Alter. Gönnt euch. Was mir noch einfällt, ist, dass jetzt die Wahlmänner und Frauen gewählt haben und es kam das raus, was alle vermutet haben. Alle haben so abgestimmt, wie es geplant war. Also es gab jetzt keinen Abweichler bei den Demokraten oder bei den Reppis. Alle haben den gewählt, den sie wählen sollten. Fand ich ein bisschen schade. Ich habe gehofft, dass Trump so ein bisschen Anhänger verliert und es so ein paar Republikaner gibt, die doch sagen, sie wählen Biden. Aber gab es nicht. In die Richtung, okay. Ja. Tja, also hattest du jetzt noch was anderes Großes, was in Amerika ist, weil dann hätte ich mir das nicht aufgeschrieben. Ja, voll. Also zum Beispiel eine Krankenschwester ist wohl vor laufender Kamera nach der Impfung einfach umgefallen, weil es jetzt gefunden ist, Fressen ist für die ganzen Impfgegner. Aber die Wahrheit ist ja, dass man nach Impfungen sehr oft einfach einen Kreislaufkollaps kriegt. Ging mir auch so. Nach meiner, ich weiß gar nicht was, Tetanus, bin ich auch erst mal umgefallen nach zehn Minuten. Das ist einfach, weil ein Eingriff stattfindet und so Fremdkörper an den Körper gelangen. Es war halt nur doof, dass es jetzt vor der Kamera passiert ist, dass jetzt die Impfgegnale sagen können, ja, Corona-Impfstoff ist tödlich. Naja, dieses Gelaber, Alter. Weißt du, irgendwie 300.000 tote Amerikaner, scheißegal, aber eine kriegt mal irgendwie einen kleinen Schwächeanfall und dann wird sich da einer drüber gewichst für wochenlang. Ich habe ja jetzt auch die Woche sehr viel mit meinem Aluhut-Kumpel gesprochen und ich glaube aber, dass ich es tatsächlich ein bisschen geschafft habe, ihn da wegzukriegen von der ganzen Scheiße. Weil er bei ein paar Sachen war einsichtig. Das allererste, wo er einsichtig war und das hat mich überrascht, dass es diese Belanglosigkeit ist, der Sohn von Joe Biden, der wurde ja übelst durch die Medien gepeitscht, dass irgendwie, ne, so ein Porn-Video mit irgendeiner Nichte von Obama oder Tochter von Obama und dass der angeblich ganz, ganz shady, dass irgendwie am anderen Ende der Vereinigten Staaten an der Ostküste bei einem halb blinden Typen ein Laptop abgegeben wurde zur Reparatur und da war Child-Porn drauf und der Laptop hat angeblich dem Sohn von Biden, all sowas, ne. Und am Tag der Wahl war Totenstille. Nicht ein Schwanz hat mehr darüber geredet, als die Wahl vorbei war und klar war, Biden hat gewonnen. Und als ich das gesagt habe, das war das erste Mal, dass er eingelenkt hat und sagte, ja, stimmt, auf dem Laptop soll irgendwie ganz viel Schlimmes drauf gewesen sein und irgendwie habe ich davon gar nicht nochmal was gehört. Das war wirklich das erste, wo er eingelenkt hat. Das war einfach nur eine Kampagne, um den zu schmieren so und hinterher sieht man, okay, es hat nicht funktioniert, Biden hat die Wahl gewonnen, jetzt müssen wir tausend andere Sachen versuchen. Zack, Hunter Biden, nicht ein Wort mehr über den verloren. Aber glaubst du, dass du ihn umschwurbeln kannst? Ich hoffe es. Also er hat jetzt, ich weiß nicht, ob das was Positives ist oder was Negatives, er hat gesagt, im nächsten Jahr wird das sich so gut wie nicht mit Medien auseinandersetzen, was aber für ihn halt auch bedeutet, seine komischen Tann-Q, 20-Q, nee, 2-Q, 2-Q, ganz, ganz komische Telegram-Gruppen. Ja, mal gucken. Und ich habe noch ein paar. Ich glaube wirklich, die Leute haben einfach zu viel Zeit, man. Also, die sitzen zu Hause, haben nichts zu tun, da geht man halt mal in so ein Attila-Hildmann-Gruppe rein und zack, ist man verloren. Ja, gerade während des Lockdowns, das ist halt echt traurig. Ich habe auch noch zwei andere kleine Sachen und zwar habe ich gesehen, dass Mike Pence sich auch hat öffentlich impfen lassen, also der Vize von Trump und hat Werbung gemacht für die Impfung. Das fand ich ja voll überraschend. Das passt auch alles überhaupt nicht zusammen. Die Impfgegner sind gleichzeitig übelst die Trump-Anhänger, weil dieser Plan, Trust the Plan von Q, alter, übelst geiler Plan, egal was passiert, vertrau dem Plan, die sind alle Impfgegner. Gleichzeitig aber hat Trump ja diese Operation Lightspeed oder wie sie hieß, gemacht, damit angeblich so schnell wie möglich, im Endeffekt hatte er damit überhaupt nichts zu tun, so schnell wie möglich ein Impfstoff gefunden wird. Und jetzt ist Trump der strahlende Ritter, der ganz schnell einen Impfstoff am Start hat, gleichzeitig sind aber seine ganzen Supporter Impfgegner. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Das ist so schizophren, Alter. Ja, Mike Pence meinte auch noch, ich habe nichts gemerkt und so, keine Nebenwirkungen, mir geht es super. Und ich dachte, hä, was ist mit dem los? Ja. Und noch eins, ganz, ganz komisch. Und noch eins, es geht immer noch darum, dass man Bidens Amtseinführungen herauszögern kann und ein früherer Sicherheitsberater, der heißt Flynn mit Nachnamen, empfiehlt Trump, das Kriegsrecht auszurufen, um Neuwahlen zu erzwingen und es rauszuzögern. Das finde ich halt voll krass. Es ist nicht eine ganz neue Idee, aber das fand ich übelst eklig, dass jetzt sogar solche Karten gezogen werden und beiden irgendwie vom Amt fernzuhalten. Alter, also da sind wir ja überhaupt noch nicht drauf eingegangen. Das war ja auch letzte Woche, da hat er den begnadigt oder vorletzte Woche, ich weiß es gerade nicht genau. Ja, weil Trump so viel Scheiße macht, deswegen, man kommt gar nicht hinterher. Das ist ein Typ, der hat zugegeben, der hat ein Geständnis abgegeben und hat gesagt, ich bin schuldig und dann wurde er begnadigt und das Erste, was er getan hat, ist zu sagen, ey, Mr. Trump, Sie sollten vielleicht hier mal das Martial Law in Kraft setzen, also quasi, dass das Militär die Regierung übernimmt. Das war das Erste, was er nach der Begnadigung, ey, das ist so fuck up, Alter. Und ja, dieser Typ, richtig guter Mann. Und es gab wohl auch unter Trump so viele Hinrichtungen wie noch nie, gerade jetzt in den letzten Amtsmonaten. Ich weiß nicht, also wir bräuchten echt zwei Podcasts in der Woche, um das alles verarbeiten zu können, was Trump alles anrichtet. Und es wird hoffentlich bald vorbei sein im Januar. Wir werden sehen. Wir haben ja schon ausgerechnet, die 99. Folge kommt raus, kurz nachdem potenziell, also laut Plan 20. Januar, Joe Biden dann das Amt übernimmt. Wir schauen mal, ob das alles so geht. Laut meinem Aluhut-Freund passiert das so nicht und Trump bleibt im Amt. Wir werden sehen. Ja, das kann sein. Ich sehe nämlich gerade, dass der nächste Brennpunkt ja voll so auf Weihnachten fällt und da bin ich vielleicht gar nicht mal so viel zu Hause. Da bin ich bei meiner Family und so. Mal gucken, müssen wir nochmal besprechen, wie wir das machen wollen. Machst du ein kleines Superspreader-Event? Nee, im Gegenteil. Wir machen das echt getrennt, dass meine Onkels mit meinem Opa feiern. Ja, die bösen Onkels und die guten Onkels feiern bei uns. Nee, wir machen das echt tatsächlich relativ, also weniger als man darf machen wir als Randnerhaus. Aber ich bin dann halt bei meiner Family und Schwiegereltern ins B. Sehr löblich. Schön. Und was geben wir jetzt dieser tollen Woche? Pfff, ja. Ich finde das schon krass mit diesem ganzen Militär übernimmt die Regierung Geschichte und so. Aber es ist ja nicht passiert, es wurde darüber geredet. Ja, aber das ist ja der Einstieg des Ganzen. Ja, es ist richtig, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Also ich habe ja eigentlich noch einen Knall prognostiziert für dieses Jahr, jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Also entweder kommt der Knall kurz bevor Trump dann geht im Januar oder aber er kommt nicht und dann habe ich mich getäuscht, aber das soll mir auch recht sein. Ich will eigentlich ja nicht, dass es einen Knall gibt. Wollen wir mal sagen, eine 5,5, so laubarm, aber Richtung Es wird krass. Ja, in die Richtung hätte ich es auch gefühlt, ja. Also dieses Porn-Up-Ding finde ich eigentlich ganz groß, weil es wahrscheinlich weitreichende Folgen hat. Oh, dann 6. Dann 6. Für die Memes. Außerdem sind wir beide betroffen von dieser Löschung und das ist ja traurig. Also eine 6 würde ich sagen, oder? Ja. Für die Memes. Und da wir ja auch hier mit diesem Larifari-YouTube-Quark noch angefangen haben, mit Mimi und so, da muss man auch, da gibt man die 6. Ja. Ich finde das schön, dass es mal wieder einfach so einen großen Beef in diese Richtung gab. Stimmt. Endlich mal wieder. Also der Beef Also der Beef ist natürlich schon lange, lange her so und läuft die ganze Zeit, aber zwei Videos, eine Stunde, das ist schon ordentlich. Aber neben diesen ganzen ernsten Themen, mal so Kindergarten auf YouTube ist mal was Entspanntes, was anderes. Ja, absolut. Schön, Tino. Da haben wir es. Schön war es, schön war es für diese Woche. Leute, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Wir hören uns noch nicht wieder, bis dann Heiligabend ist. Ja. Äh, schaut sehr gerne morgen Abend 20 Uhr bei mir bei, ähm, Metal Gear Solid 3 rein, denn dieses Spiel ist saugeil und ihr werdet es noch verstehen. Und schaut am Dienstag dann bei Tino rein. Ja, danke, dass du es sagst. Ich hätte es noch selber angesprochen. Denn, äh, die haben jetzt 100 Follorinos geknackt. Ja. Jetzt geht es steil bergauf. Jetzt kommt... Ihr müsst Roblox spielen für Erfolg, habe ich mir sagen lassen. Ist das so, ja? Ja. Wir können es ausprobieren. 24 Stunden Roblox streamen. Machen wir. Verdoppelt deine Follower. Am Dienstag, ja. Mal gucken, was wir mitmachen. Okay. Schön. Dann frohe Weihnachten, Leute. Hö, hö, hö. Und volles, die nur Podcasts hören, richtig, volle Geschenktüten und, äh, viel Geld. Ja, ja. Und kein Corona. Kein Corona. Hö, hö, hö. Hö, hö, hö. Kein Corona. Hey, boy. Will you come with me?